Musik Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 days to die mit dem Kryan. Hallo Yogi. Oh nein, das ist nicht der Kryan, das ist ein Zombie. Hey, Challenge Gather Clay is complete. Go to challenge, go to challenge. Ja, ich hacke derweil mal ein bisschen Holz. Kryan hat ja eben, oder also letzte Folge, weiß ich gar nicht, oder zwischen den Folgen darauf hingewiesen, dass wir eigentlich auch die Erde runterfallen lassen können. Und gar nicht so tief buddeln, also so viel buddeln müssen dann. Ich würde behaupten, das probieren wir gleich mal aus. Also ich meine schon, dass das geht. Wichtig ist halt, dass nirgendwo ein Kontakt ist, der halt hält. Das heißt, wir müssen quasi ausstanzen. Ja, und ich meine, dass dann auf jeden Fall weniger Erdereste übrig blieben, als die Birke, die da sind. Also wir haben ja eine vierbreite Ding. Ja, also eigentlich sechsbreit mit den Innen- und Außenwänden. Ja, stimmt, sogar sechsbreit mit den Innen- und Außenwänden. Das heißt, wenn wir halt ganz am Rand einmal aushöhlen, dann die untere Reihe wegmachen, müsste es zusammenbrechen. Und statt den dann entstehenden viermal irgendwas, dürfte es halt deutlich weniger Erde sein, die weggemacht werden muss. Ja, weißt du was? Ich werde das gar nicht... Aber wir verlieren natürlich dann eben das Clay zum Beispiel. Das kriegen wir dann nicht. Ja, aber du, wir haben jetzt schon mindestens einen Stack Clay. Und ich sag mal so, wenn wir mehr Clay brauchen, können wir mehr Clay ausbuddeln. Deswegen weiß ich nicht. Wir hatten doch auch in den vorherigen Welten, also in der vorherigen Welt, niemals das Problem mit den Schreiern, oder? Nee, hatten wir nicht. Während wir das hier jetzt kontinuierlich hatten. Ja, richtig. Könnte es sein, dass es auch eine irgendeine Einstellung oder Weltoption war, weswegen es da kein Problem gab und jetzt in Anführungszeichen ein Problem ist? Äh, kann natürlich sein. Können wir da gerne nachher nochmal reingucken. Aber, äh, weiß ich nicht. Weil die Sorge ist halt, ich hab jetzt die Forge fertig, das heißt, wir könnten theoretisch die Forge schon mal ansetzen. Ja. Aber die Sorge ist natürlich, wenn wir die Forge anmachen, während wir hier unten sind und die Heatmap so hoch geht, dass die Schreier kommen, wir sie nicht schnell genug töten. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Äh, ja, dann ist das so. Würde ich mal sagen. Also, im Sinne von, stell sie auf und lass keinen schmerzen. Wir testen es einfach. Okay. Also, weil ich hatte das Gefühl, dass die bis jetzt immer die schreienden Anwesenden... Äh, im Dings waren. Im, äh, in den Stadtbereichen. Äh, und nebenbei noch, wie wär's denn? Wir waren hier, wir haben ja hier im Prinzip die Mauer. Ja. Wenn wir hier einfach dann auch einen Zaun drumherum machen, mit den Gittern, dass wir durchschießen können. Genau das war das, was ich meinte. Und von oben halt auch nochmal so ein Ding mit Gittern, dass wir veroben haben. Also, dass wir auf jeden Fall da, wo wir jetzt draufstehen, noch ein, zwei hochgehen. Dass wenn der Zombie der Meinung ist, ah, ich komm hier angerannt, ich spring hier drüber, dagegen springt und in den Graben fällt. Also, so und hier rauf dann eben, äh, willst du jetzt hier, wo jetzt Blöcke sind, das hier als Gitter machen oder noch als Blöcke wie so eine Burgmauer-artig? Beides möglich. Das Problem, was ich mit Gittern hätte, die müssten wir wenn auf, auf Ground-Level stellen, aber dann haben die da im Prinzip was, wo die sich hinsetzen können. Weil das Gitter gibt ja so einen kleinen, blockfreier... Ich würd halt sonst hier nochmal Gitter machen. Auf der, über dem Graben. Dass man über dem Graben hinweglaufen und runterschießen kann. Können wir zusätzlich auch nochmal. Habe ich auch gar keinen Schmerz mit. Also, fest steht, ich kann jetzt hier auf dieser Ebene, ähm... Ich kann jetzt hier die Forge reinstellen. Ich würd so eins höher stellen. Also, einfach für den Grund wirklich, dass wenn mal hier einer reinkommt... Ja, aber da kann doch im Prinzip keiner hin, wenn wir hier außenrum eine Mauer haben und Gitter von oben haben. Wie sollen die denn hier hinkommen? Da kann gar keiner hin. Also, theoretisch könnte schon, aber ich frage mich wie. Nein, das ist klar. No risk, no fun außerdem. So, dann buddeln wir jetzt mal hier einen Bereich frei und testen mal, ob das... Und wenn überhaupt, würden sie auch nicht von oben reinkommen, denn würden sie auch untergraben. Genau. Und die sollen höchstens weghauen. Ja, also hier tatsächlich so ein, zwei Blöcke tiefer, als wir schon sind, ist Steinlevel. Soll die Forge dann mittig stehen, oder? Ähm... Kommt drauf an, wo wir einen Aufgang nach oben hin bauen wollen. Ne, wer Treppen oder Leiter? Ich glaub Treppen oder Leitern sind kacke. Ja, dann, äh, Leitern. Dann nehmen wir... Ne, umgekehrt. Leitern sind kacke. Treppen sind gut, mein ich. Ja, das... So hab ich's auch verstanden. Hast du nicht das gesagt? Ich weiß es nicht. Ich dachte jetzt... Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich's falsch gesagt hab oder nicht. Also, nein, dann... Dann würde ich... Kisten in die Mitte tun, die Forge in die Mitte tun und am Rand Treppen machen. Okay. Weil ich find Treppen am Rand macht mehr Sinn als Treppe in der Mitte. Ja, find ich auch. Also haben wir hier ne Wand und dann ein oder zwei breite Treppe. Wahrscheinlich zwei breite, damit wir auch nebeneinander laufen können. Ja, aber wenn wir Händchen halten, dann da hochlaufen, sagst du? So, und da kommt ne Wand. Vielleicht sogar überstehend. Wenn wir hier ein bisschen rausbauen... Zombie. Kommst du klar oder sonst werden? Okay, komm. Ja, wichtiger ist, dass ich für dich klarkomme, weil die nämlich auf dem Weg zu dir waren. Ja, ich hab ein paar Freunde heute für heute Abend eingeladen, Krian. Ich hab ne Motto-Party gemacht. Ja, das musst du vorher sagen. Ach so, ja, äh... Passiert, ne? Waren auch nicht so enge Freunde. Ja, jetzt sind's auf jeden Fall tote Freunde. Ach so. Ich habe tote Freunde. So, und jetzt können wir hier hinten noch ein paar Kisten machen, dass ich die schon mal habe. Wurde Storage Crate. Craft mir mal zwei. Ja, da, 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 da. So, also tue ich die Forge schon mal aktivieren. Ja, würde ich sagen, komm. Ich hab da jetzt so die... Und wenn gibt, kommt's halt, kommt die XP halt von alleine angelaufen. Wir brauchen auch Clay. Kann ich Oil nehmen? Ich kann Oil nehmen. Aber das bringt gar nicht so viel, das Oil. Das ist eigentlich sau schlecht. Ja, ich glaube, Kohle ist gut, aber Öl ist Verschwendung. Wofür kann man denn die Oil-Shell nutzen? Ja, ich glaube, für Benzin nachher, oder? Möglich. Ist das Gas-Cans? Ah ja, aus Oil-Shell macht man ein Oil-Shell, wird zu einer Gas-Cans. Das ist eigentlich ein sauguter Preis. Ja. Das macht auf jeden Fall dann mehr Sinn, dann nutze ich Holz zum, zum Schmelzinisieren hier. Ich muss, ich muss ja gestehen, das ist so etwas, was ich in diesem Spiel liebe. Dass man einfach reverse searchen kann, was für Rezepte man hat für ein, ein, äh, Item. Ja, das finde ich immer so blöd, wenn du, wenn du in anderen Spielen ein Item hast, nicht weißt, was du damit machen kannst und auch irgendwie nicht so ein Crafting-Menü hast, wo du es angucken kannst. Und dann halt, ne, das Item tonnenweise dabei hast oder jahrelang dabei hast. Und ich weiß, was, was kann ich tun? Ich meine, dann kann man zwar immer googeln, aber, ne? Das ist ja nicht unbedingt der Sinn der Sache. Ich meine, es ist zwar auch unrealistisch, dass man hier, ich meine, das ist so ein Ideengeber. Ich meine, wenn ich in der Apokalypse bin, äh, dann müsste ich ja auch kreativ werden. Was kann ich mit meinem Stück Klebeband machen? Immer bis zu einem gewissen Grad bräuchte man auch ein bisschen, äh, natürlich. Oder ab einem gewissen Grad. Dass man Dinge herstellen kann aus anderen Dingen. Na, zwar, ich wüsste nicht, wie ich aus dem Stück, äh, Oilshade, äh, Benzin mache. Gut, ich könnte mir vermutlich auch kein Auto zusammenbauen, wie wir es hier können. Sehen wir mal realistisch. Das wäre jetzt nicht unrealistisch. Würde ich auch nicht hinkriegen. Ihr könnt so eine Holzschaufel hier mit Stein vielleicht noch bauen. Echt? Tja, ne? Dafür habe ich jetzt mittlerweile genug Survival-Spiele gespielt. Du legst es einfach vor dich hin und drückst auf Craft, gell? Richtig. Ich brauche halt so ein Stück Papier, wo ich vorher mit einem Edding, den ich mir selber crafte natürlich, Draft draufschreibe. Ich meine, so ein Steinmesser würde ich auch noch hinkriegen. Ihr könnt auch so ein Ofen, so ein Holzofen, also so ein Ofen aus Steinen könnte ich auch noch irgendwie basteln. Ja, gut, das ist jetzt aber, also... Ich könnte auch ein Lagerfeuer machen. Okay, das habe ich noch nicht versucht. Äh, beim Anzünden wird es eher schwierig werden. Ach so. Je nachdem, was ich dabei habe. Ich habe das mit eingeplant, als du sagst, das Lagerfeuer. Für mich ist Lagerfeuer inklusive dem Feuer. Nicht nur das, nicht nur Steinkreis und Holzscharten drauf, weißt du. Ach so, ja, gut. Ne, habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Doch, ich habe mal, wir haben mal im Physikunterricht, glaube ich, war, das haben wir mal, äh, gezündelt mit einem, mit einem Holzbohrer quasi. Ohne Lehrer. Ohne Lehrer. Ne, mit Lehrer. Ach so. Weil der uns damals demonstrieren wollte, mit Reibung entsteht Hitze. Und das da halt mit so einem, mit so einem Holzstab, wenn du den schnell genug drehst, mit genug Druck. Und da haben wir so ein bisschen Wolle angezündet. Ja, gut, aber ich meine, welche Klasse war das mit dem Physikunterricht? Meinst du, das ist so lange her, dass ich das eh nicht mehr kann? Okay, tatsächlich muss man es nicht mal mehr wegbuddeln, es fällt einfach alles wegkriegen. Oder fast alles. Ja, aber das, das, ne? Ich meine, wir hatten dann auch so ein, also wir hatten erst tatsächlich dieses Stock mit so einem, mit so einem selbst gebastelten Bogen, mit dem du das dann machst. Äh, dann hatten wir aber auch so einen Handbohrer, damit das, ne? Ich weiß, dass das eine nicht klappt, wenn uns jungen Kindern damals, wir eine Ausweichmöglichkeit haben, beziehungsweise unser Lehrer, dass die Kinder nicht alle frustriert sind anschließend. Also das Wechsel... Das ist wieder dein Werkzeug? Oh, das war dein Werkzeug, okay. Das, das Wechseln in der Leiste ist langsamer, als ich klicke zum Weiterschaufeln und dazwischen liegt die Shotgun. Ich werde das jetzt mal umsortieren. So. Dass ich nicht immer einen Schuss absetze, wenn ich zurück wechsel. Also, äh, klappt mit dem Wegfallenlassen. Verschwindet auch einfach alles, außer unsere eigenen Buildingblöcke, die dabei waren. Nee, aber ich, wegen der Frage, welche Klasse das war, wo du es gelernt hast, dass mit Reibung Hitze entsteht, das ist ja, dafür brauchst du keinen Bohrer. Das kannst du, wenn du hintereinander reibst, merkst du auch. Oh, guck mal, ich reibe sie fest aneinander, es wird wärmer. Ja, aber das ist nicht so cool, als wenn du selber Feuer machst. Das ist wahr. Ich meine, ich bin immer wieder erstaunt, äh, in den Azubi-Prüfungen oder in der Berufsschule vom Fleischerei-Fachverkäufer lernst du, wie Prühwurst, also Leona-Wiener-Bürstchen ist Prühwurst, dass die gebrüht wird. Echt? Ja. Prühwurst, Prühwurst wird gebrüht. Richtig, also, ne, ist eine namensgebende Sache, macht relativ viel Sinn, dementsprechend. Und du lernst natürlich auch, dass die Temperatur, bei der das Ganze gebrüht wird, so 75 Grad ist. Ähm. Und dann, das wird regelmäßig in Zwischenprüfungen gefragt. Und dementsprechend halt auch, ne, das musst du lernen, das musst du wissen. Und was da wohl stellenweise für Antworten rauskommen, also, dass das bei 25 Grad passiert und so weiter. Und dann kommt meistens die Nachfrage, ja gut, wie warm ist denn ihre Körpertemperatur? Und da hört es bei vielen schon auf. Und das finde ich immer so krass, weil es für mich so selbstverständlich ist, dass man weiß, Körpertemperatur 36,5. Circa. Und wenn dann Antworten kommen, Körpertemperatur, ja, so 12 Grad. Dann denke ich mir immer so, Digger, wenn du 12 Grad Körpertemperatur hättest, dann, ne, bist du tot. Richtig, ja, bist du, also, das, weiß nicht, das ist so, was passiert, wenn so Leute Fieber haben? Also, ich meine, die messen Fieber, so, ja, ich hab 40 Grad, ja, das ist normal. Ich bin nämlich ein heißer Boy. Und das finde ich dann manchmal doch durchaus erschreckend, muss ich ja gestehen. Das ist aber bei vielen Sachen so. Ein Kollege von mir hat jetzt, ähm, hat er das Studium gemacht auf Lehramt, hat dann aber nach dem Referendariat oder im Referendariat gesagt, okay, das ist doch alles Bullshit. Und hat dann, äh, eine Ausbildung angefangen. Ja, das trinken die meisten über die Schule. Ja, und da haben sie alle eine Ausbildung angefangen. Und, ähm, der zeigt mir dann halt, da hat dementsprechend auch immer wieder Berufsschule alle paar Wochen, wie das halt so ist. Und dann hat er mir halt Sachen erzählt, also, unfassbar. Also, was für Aufgaben die da bekommen. Die haben jetzt in diesem, im zweiten Jahr jetzt Deutschunterricht, statt anderen Unterricht, den sie vorher hatten. Ah, äh, äh, er unterrichtet jetzt in der Berufsschule. Nee, 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 er ist da jetzt als Auszubildender halt, weil er eine Ausbildung jetzt macht. Okay. Na, ich dachte, ich höre was. Und dann hat er mir halt erzählt, was für Aufgaben da so bekommen. Und hat mir ein Aufgabenblatt gezeigt, wo du halt im zweiten Jahr Berufsschule, äh, markieren sollst, was ein Verb, Nomen, Adjektiv ist. Groß- und Kleinschreibung. Und da denke ich mir, oh, ha, ist schon ein bisschen übertrieben. Die sind alle in der Regel 18 oder mindestens 16 bis 18, haben alle mindestens einen Hauptschulabschluss. Den einzigen, wo er sagt, wo es nützlich ist, einer, weil er kam aus der Ukraine vor einem Jahr. Das heißt, er spricht halt noch nicht gut Deutsch. Für ihn ist es natürlich super, weil er lernt dann im Prinzip damit Deutsch deutlich besser. Richtig. Aber, und anscheinend haben die trotzdem alle sehr viele Probleme damit. Ja gut, ich sag mal so, äh, ich, gut, ich kenn jetzt den Lehrplan von der Hauptschule nicht, aber, äh, was machst du, neunte Klasse, Hauptschule, im Deutschunterricht? Ich nehm mal ein Bewerbungen lernen, Bewerbungen schreiben. Kann gut sein. Wie gesagt, kann man sagen. Ich mein, das haben wir auch außerhalb des, äh, oh, ich bin schon eins zu tief gegangen. Egal. Ich glaub, ich hab meine erste Bewerbung im Studium geschrieben, wo es darum ging, für ein Praktikumsplatz sich zu bewerben. Ich glaub, in der Schule haben wir das legit nie gemacht. Du hast das nie gelernt in der Schule. Also weiß ich nicht, vielleicht haben wir das doch gemacht. Ich hab's hart wieder verdrängt, weil, äh. Also normalerweise gehört das halt zum Lehrplan. Ja, dann haben wir's vermutlich gemacht. Ähm, ich hab in meinem Leben noch nie ne echte Bewerbung geschrieben. Ja gut, nicht unbedingt ne echte. Also so, aber so ne Übungsding halt. Genau, das, das, wie gesagt, 100 pro, aber ich hab, alle Jobs, die ich bis jetzt her hatte, habe ich ohne offizielle Bewerbung bekommen. Vitamin B. Ja, das, das erste war, äh, wo ein Kumpel gesagt hat, der arbeitet da und ich gesagt hab, ja, wenn ihr noch Leute sucht, sag mal Bescheid. Dann hat er irgendwann Bescheid gesagt, hat mir eine WhatsApp-Nummer geschrieben und gesagt, schreib einfach. Dann hab ich einfach geschrieben, yo, ich hab gehört, ihr sucht Leute, äh, stimmt das? Äh, ich, ne, hätt Bock drauf. Und dann haben wir ein Bewerbungsgespräch. Ähm, und mein, dann war ich eine Zeit lang in dem Unternehmen und mein nächster Job war, ey, ich hab gehört, ihr sucht Leute und dann hab ich ein Dokument ausgehändigt bekommen, was ich ausfüllen muss. Und das hab ich dann erstmal wütenderweise zurückbekommen, nachdem ich's abgegeben hab, warum ich die letzte Seite nicht ausgefüllt hab, hab ich gesagt, ja, steht ja nur bei Einstellungen ausfüllen. So, ja, das ist ja selbstverständlich. Und dementsprechend, ja. War, was? Also, du kriegst da, du hast da ein Dokument bekommen, wo du ausfüllen solltest, wahrscheinlich so mit Vorerfahrung und so ein Kram? Ne, äh, das war im Prinzip Sozialversicherungsnummer und so. Ah, okay. Oder halt höchster Bildungsabschluss, dies, das, jenes. Ja. Und auf der letzten Seite war dann, glaub ich, stand halt oben drüber, nur auszufüllen bei Einstellungen, äh, nach Freigabe von HR. Ähm, und ich glaub, da stand dann Sozialversicherungsnummer und so weiter. Und ich hab das halt abgegeben, ohne diese Seite auszufüllen, weil... Ja, klar. Vielleicht gibt's noch so ein Bewerbungsgespräch, wir talken noch so ein bisschen, damit die Leute wissen, ey, wer bist denn du? Und dann kam so, warum hast du die Scheiße nicht ausgefüllt? Ist so, ja, steht ja, ja, füll das jetzt aus. Und dementsprechend, äh, und da hast du die einzigen zwei Unternehmen sind, für die ich je offiziell gearbeitet hab. Schön, wie das offiziell kommt. Ja, du, ne, also. Ich würde behaupten, ich habe unter Umständen, äh, als Teenie und junger Erwachsener, einem älteren Ehepaar im Garten, äh, geholfen. Einmal die Woche, alle zwei Wochen. Und hab dafür einen Kaffee bekommen. Und vielleicht ein bisschen mehr. Ich wollt grad sagen, das wär' ne beschissene Bezahlung, nur ein Kaffee. Das war, das war, das war so schlimm für mich, also, nicht denen im Garten zu helfen, das war super cool, weil, äh, er war ein, äh, also ich nehme mal an, dass die beiden mittlerweile nicht mehr leben, weil das ist zehn, elf Jahre her und er war damals schon 84. Also kann gut sein, dass er noch lebt, ich weiß es nicht. Ähm, und er war ein ehemaliger Ingenieur und, äh, hat er auch mit mir im Garten immer so ein bisschen gemacht, aber, ne, war halt körperlich nicht mehr ganz so fit. Und, äh, hat dann auch so, so, ah, jetzt mach nicht so schnell, sonst komm ich mir vor wie so ein Sklaventreiber. Und, äh, der war aber noch topfit, was so, was so aktuelle Themen, also wir hatten's irgendwann mal von Computern. Mhm. Und, äh, das erste, was er so dropped, war halt, ja, außer dass die Grafikkarten und die CPUs besser wurden, hat sich in den letzten Jahren da ja auch nicht mehr viel getan. Und, das war für mich halt so, wo ich so dachte, Digga, du bist 84. Das hab ich von einem 84-Jährigen noch nie gehört, mein Opa im gleichen Alter ist überfordert von seinem Navi, was ein Touchscreen hat, wie er das bedienen soll. Ähm, fand ich ultra. Und, äh, sie war auch super lieb. Und sie hat immer, wenn, wenn die im Urlaub waren und ich mich in der Zeit um den Garten gekümmert hab, hat sie mir am PC eine Liste geschrieben von Dingen, wo ich auf jeden Fall nochmal gucken soll, wie Regengrinne oder Kompost oder so, ne? Ja. Und, äh, halt ausgedruckt auf Word, ne? Das war selbstverständlich, dass das nicht handschriftlich ist. Und, ähm, beim ersten oder zweiten Mal, äh, hatte sie halt gesagt, ja, ne, ob ich einen Kaffee haben will. Ich so, ja, klar, gerne zum Kaffee sag ich nie nein. Das war noch zu Zeiten, wo ich viel Kaffee getrunken hab. Und, so leid es mir tut, aber der Kaffee von ihr war einfach nicht gut. Also, ich weiß nicht, ob das ein Instant-Auflöse-Kaffee war. Aber der war immer so lauwarm, aber so kurz unter dem, dass man ihn gut trinken kann. Und hat auch geschmacklich einfach nicht okay. Aber ich hab natürlich gesagt gehabt, ey, zu einem Kaffee kann ich nie nein sagen. Also hab ich jedes Mal aufs Neue diesen Kaffee bekommen. Und hab mich durch diesen Kaffee gequält. Und dann irgendwann gab's auch tatsächlich Kekse dazu. Aber kennst du diese, diese Kekse, die meistens leider echt bei älteren Personen sind, die schon so gefühlt 30 Jahre in irgendeinem Regal liegen. Und nicht mehr Staub sind, aber auch nicht aufgeweicht, sondern so eine komisch weirde Mischung dazwischen. Und, ne, ich hab die immer brav gegessen und auch meinen Kaffee brav getrunken, weil ich wollte die ältere Dame nicht verletzen, weil ich hab ja gesagt, zum Kaffee kann ich nie sein sagen. Dann kann ich ja nicht sagen, ey, ihr Kaffee schmeckt mir nicht. Das machst du nicht. Weil, ne, was gibt's ein Schlimmeres als einer Person zu sagen, die nicht vorher selber sagt, ich kann keinen Kaffee machen, dass ihr Kaffee nicht schmeckt. Ähm, ja. Aber die waren so super lieb. Ich hab jetzt auf einen Twist gehofft. Und den Twist, den ich erhofft habe, sag ich euch aber erst nächste Episode, weil die Folge ist zu Ende. Okay. Dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.